Der Opel Rocks Electric ist ein Leichtfahrzeug der Klasse L6e. Der ist nicht nur leicht, sondern auch günstig. Um die 8.000 Euro startet das Elektrowägelchen. Und da muss natürlich dann auch die Produktion kostengünstig gestaltet werden. Gebaut wird er in Marokko zusammen mit dem Citroën Ami. Beide Autos sind im Prinzip identisch, bis auf die Logos und die Karosserie ist auch komplett gleich. Das heißt, wir haben die Masken hier an der Front- und an der Heckpartie identisch. Da werden dann einfach rote Rückleuchten oder Scheinwerfer, weiße Scheinwerfer reingebaut. Die Türen öffnen asymmetrisch, da sind es die gleichen Türen links und rechts. Und damit kann natürlich extrem viel Geld in der Konstruktion und auch in der Produktion gespart werden. Die Kunststoffteile sind durchgefärbt. Das hat übrigens auch den Vorteil, dass man, wenn man irgendwo dagegen rumpelt, dann keinen Lackschaden hat. Und das schränkt auch natürlich die Farbauswahl ein, denn es gibt Ami und Rocks Electric in Grau. So, jetzt scheint sich ein bisschen was zu ändern. Konzernschwester Fiat hat den neuen Topolino vorgestellt. Das ist im Prinzip gleiche Auto. Die bekommen aber andere Kunststoffanbauteile mit dem Fiat-Gesicht. Und da schaltet er sich dann schon deutlicher von seinen beiden Brüdern als bisher. Und das lässt natürlich dann auch Ideenspielraum für ein mögliches Facelift des Opel Rocks Electric. Denn er deutet zwar hier eine breite Spange an, hat aber nicht, wie die anderen Modelle der Marke, diesen Opel Visor, dieses Kühlergesicht, was vor allem beim Mokka, aber insbesondere beim Astra das Design der Front bestimmt und so das typische Opel-Gesicht ist. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie das beim Rocks Electric so aussehen könnte, dann kann man sich mal dieses Concept-Car hier anschauen als Offroad-Buggy mit riesigem Heckspoiler und höher gelegtem Fahrwerk kommt ja so natürlich nicht auf den Markt. Wobei vielleicht der ein oder andere dann damit auch direkt vor die Schule fahren könnte über den Bordstein. Aber was wir hier sehen, wenn wir genauer hinschauen, hier wurde diese Einlage im Frontpanel ausgewechselt. Das sind jetzt hier keine echten Scheinwerfer, das sind weiße Kunststoffeinlagen. Aber so könnte man sich doch durchaus ein Facelift des Opel Rocks Electric vorstellen, das dann eben dem aktuellen Markendesign folgt mit der breiten Spange und den breiten Scheinwerfern. Wenn wir jetzt hier mal zum Heck dieses Concept-Cars gehen, dann sehen wir das gleiche Element auch hier am Heck. Wenn wir jetzt hier mal weiß zu rot denken, dann haben wir hier also auch breite Rückleuchten, so wie sie ja auch beim Astra zum Beispiel zu sehen sind. Und dann könnte sich der Opel Rocks Electric doch noch so ein bisschen weiter ins Markendesign mit eingliedern. Ob der wirklich so kommt mit einem Facelift, das steht in den Sternen. Wir haben dieses Auto entdeckt, haben dann natürlich so ums Eck gedacht, wäre doch was. Die Opel Verantwortlichen sagen dazu natürlich nichts, ganz klar. Schauen wir einfach mal, wenn es so ist, dann war das das erste exklusive Video zum Facelift des Opel Rocks Electric. Wenn es nicht so kommt, dann kann man sagen, wäre doch auch ganz schön gewesen, oder? Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem kurzen Video hier bei Autonotizen. Danke an den Matthias fürs Filmen und bis zum nächsten Mal. Ciao.